I feel paralyzed Nein ich habe ich habe ich in Ordnung er hat mich immer mit Raketen erweckt und das muss geändert werden das darf nicht passieren das muss ich jetzt auch machen das macht wohl schlimm ja und Raketenwerken ich mache auch schon zwei zwei Headshots mit der Schutte gemacht der Grunde ist klar Headshots mit der Schutte ja weil ich nicht mehr damit haben wir uns das stimmt gar nicht naja wenn es beide wegkommt ach nur bei mir ist es egal ich will hier Ich bin mal ins Wasser gesprungen, das fand ich cool. Störp doch. Nice! LOL Ich bin zu blöd an mit dem Raketenwerfer zu killen. Das wär mir doch ein bisschen peinlich. Das wär mir doch ein bisschen peinlich. Das wär mir doch ein bisschen peinlich. Das ist so ein bisschen gütlich. Das muss man beherrschen. Boah, ich kann mit der Shotgun nicht mehr umgehen. Was seid ihr für ein Noobs, ey? Einfach mal. Einmal wurde Michi nicht gekillt. Ey, schon wieder! Das gibt's nicht! Was? Woll ja! Woll ja! Welche DLCs für? Weg auf! 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 diese Scholle an das Lied ja und es ist es ist ein zweites Volk Welt ist ganz gut dann ist es wichtig das ist ganz gut aber das kann man nicht machen Nein trifft doch, trifft doch, wo ich sage gar keine Musik, wo jemand mit der Schott, dass ich höre nur Metal, wie gesagt wow Alter Schwede, das ist voll der Metal der Metal-Typ der ach komm da hat es mich voll zerpägt, ey aber gleich fang ich wie an zu Campen, Mensch so das neue Ronny Gag, eh fang ich an zu Campen Pam, Yange, Doppelkill Pam, Yange, ja, Yange Summa Summertime, Summertime Raising Madness Boah, wie sie alle ihre Wider nicht gegenseitig kennen, ey, ist ja schlimm Boah, jetzt hört er sich, jetzt hört er die volle Kante raus das ist so hart, das ist fast schon wieder Metal, ey in allem warte ich auch, du Pokémon oh, ich bin Aim, ey, Junge Ratabie Ja, bin die Pokémon Ein hoch auf Ein hoch auf unser Busfahrer 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 Ein hoch auf unseren Busfahrer Du seid da doch grad voll schlecht, ne Quatsch, wir doch nicht Wir sind richtig Premium Ich hab voll gemessert Ja, bei dem Spiel schon Hammergeil Messerkill Hammergeil 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 noch ein Messerkill Boah, Alter Tobi, ey Alter, Ramla, was geht mit dir? Ich hab dich auf einmal positiv gemessert Ich hab dich aufgenommen Echt mal Du schläft dich nicht hoch, du messerst dich hoch Biss, du hast dich positiv gemessert, ey Stell dich los, ey Positiv gemessern, ey Du lässt dich auch nicht, ich hab mich hochgeschlagen Ja, nee, du hast dich hoch gemessert Du hast dich hoch, du hast dich hoch gemessert Nein, ich wurde weggeschockt Du, äh, Loll Ich laufe hinterm her und dann schieß ich nicht mal in die Presse, ey Ich bin so Nug Nug Nug, äh, das nix Ja Das sind wirklich jetzt nicht die Overkings, muss man einfach mal so sagen Ich bin ja auch kein altes Live Jawohl, gemessert Jawohl, gemessert Jawohl, wurde gemessert Alter, was gel descri disputt es mich jetzt verarschen Mann, das ist ja einer von Unscheiße Aua 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 Jaaaaaa Jawohl, im Entzugein Jawohl, ey Scheiße, weg ist Neaber geworden Das war's schon Ach, war's schon, Freunde Das war's schon, Freunde Das war's schon, Freunde drei Räusegern 6 7 7 Euro wir bedanken uns fürs Zuschauen und schalten uns morgen wieder Schau wir gehen eine Runde kämpfen ja hier geht man eine Runde kämpfen sehen uns morgen wieder in einer Camper Runde also bis dann von da rein Tschüss